Was geht Leute, willkommen zu einem neuen Fortnite Video. Ich hoffe du bist wieder mit dabei. Leute, heute spielen wir. Ich habe Octogame gesucht. Oder, jetzt hatte er auch direkt Update. Das letzte Mal haben wir es geschafft, mit Dwayne The Rock Johnson. Schauen wir, ob wir es diesmal nochmal schaffen. Bevor wir anfangen Leute, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und schaut unten in der Videobeschreibung, da ist natürlich alles verlinkt. Ich gehe dieses Mal am Anfang, ey. Ey, was geht alles los? Wo ist denn? Ich wollte mich grad bewegen Na, da ist es Nein, blau und gelb Achso, okay Blau und gelb Okay Also Oh mein, nee, oder? Kann ich es noch schaffen? Ja, ich glaub schon Ey, wie dreckig die Lücke hier ist, ey Ähm, so Ich will einfach nur so'n Kreis laufen, fertig Let's see Hey, guys die geheimtechnik scheiße ich bin jetzt unvorbereitet da reingegangen ich konnte meine finger nicht auf wenn warte mal so jetzt aber ich glaube das ist zu nass geworden egal kann man so cheaten schade fack fack vorbereiten nur noch wir ich bin gespannt ob die überhaupt diesen trick wieder anwenden stabilität ich würde sagen stabilität loyalität du rüst funktioniert das echt die leute es gibt momente da sollte man es anwenden dann gibt es momente da sollte man sich mal raffen die machen das jede sekunde das funktioniert halt echt leute ich wollte euch nur mal daran erinnern wie viele leute finale sind das ist so viel lehm hey kabe lehm wir müssen unsustan machen oh shit okay hey kumale hey da ist schon mal raus oh mein gott ich bin 1 a shit so jetzt noch die geh auf dich geh auf dich geh auf dich geh auf dich komm nur noch wir beide ich bin halt ja shit shit leute das wars mit der folge wenn ihr mehr von okra game sehen wollt abonniert aktiviert die glocke lasst eine bewertung da und schaut unten in der video beschreibung da ist natürlich alles verlinkt rade